Hallo, hier ist mal wieder der Jujo05 und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr es hier vielleicht auch schon am Titel gesehen habt, ich habe ein neues Kanalbild. Yay, da freue ich mich schon richtig drauf und das glende ich euch jetzt mal hier schnell ein. Ja, das Kanalbild wurde von Fabi gemacht und sein Kanal ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram noch, Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe auch noch einen Community Discord, den hat auch Fabi gemacht und Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ladet euch am besten mal die Discord-App runter auf dem Handy oder PC Discord. Es gibt auch noch eine Aktualisierung für die Moderatoren hier auf diesem YouTube-Kanal. Und Fabi ist geblieben und der neue ist Fireblaster-Erik. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal als Moderator. Eriks Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Im Hintergrund seht ihr übrigens auch ein Gameplay von mir, wie ich im Landwirtschaftssimulator auf der Karte Goldcrest Valley hier Basketball spiele. Wenn ihr auch wissen wollt, wo dieser Basketballplatz ist, ich mache bald in meinem Goldcrest Valley Projekt ein Video dazu und da zeige ich euch das. Wenn ihr nicht das Video verpassen wollt, dann abonniert jetzt auf jeden Fall mal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Denn dann verpasst ihr kein Video mehr, dann ihr bekommt immer eine Benachrichtigung. Das war es jetzt auch schon hier mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Oben rechts könnt ihr jetzt auf mein neues Kanalbild klicken und mich abonnieren. Oben links findet ihr das neueste Video von Goldcrest Valley. Und unten links findet ihr die Goldcrest Valley Playlist. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, Leute.